und damit herzlich willkommen auf meinem kanal LPLadente und wir sind hier bei Five Nights and Freddy's zur zweiten folge zweite nacht heißt das gucken ob wir es schaffen werden ich weiß es selber nicht nach zwei ist schwer ich weiß gar nicht ob ich nach zwei schon geschafft habe irgendwann mal aber ich klicke jetzt einfach auf continue gucken was kommt 12 am sick night so kurzer Ladebildschirm ungewöhnlich langer Ladebildschirm aber ich glaube das ist normal wenn man aufnimmt schneide ich raus so und dann geht es schon los aber nicht der schon wieder kringling ja genau die sind gleich verpasst der ist dort der steht hier da ist keiner wo ist der andere wo ist der andere da ist die Ente und da ist die Ente und da ist der Bär okay der bleibt da oben alter wie geht das denn weißt du beim letzten mal da fünf stunden nichts halt der Maul äh fünf stunden kommen da kein Schwein an und dann sprinten die gleich in vier Sekunden los so der ist weg das heißt der sollte ist dort jemand okay muss der hin da ist die Ente Kittchen ist kaputt da ist der Bär hä der war doch eben weg keine Ahnung ach komisches Viech ich weiß nicht was das ist ist das jetzt ein Hund oder ne doch das ist der Bär das ist die Ente und das ist der Hund ich weiß nicht was das für Tiere sind wenn ich ehrlich bin so man schalte rum ich habe geguckt auf dem Handy geht das deutlich schneller da wäre jetzt locker schon um eins gewesen vielleicht sogar schon zwei oh nein jetzt sind die beide weg bitte nicht nein nein okay der ist dort der ist dort wo ist wo ist die Ente wo ist nein nein geh weg geh weg bitte oh man warum gebe ich mir so eine scheiße okay der Bär ist dort oder Hund oder was weiß ich wo ist die scheiß Ente hin die Ente ist weg Pizza ich habe schon gar keinen Bock mehr zu und wo ist die freaking Ente hin geil wie man da was sieht auch gut oh Junge oh man oh das ist nach zwei oh mein Gott nee der ist immer noch da es ist ein oh oh mein Gott ist immer noch da so zwei EM nein hey wie lange steht der denn da ich bin das vom Handy gewöhnt da geht das viel schneller wo ist die Ente die muss hier sein ich glaube die ist da steht der immer noch da ich glaube es nicht 50% wir haben erst zwei Uhr nachts das ist Problem okay der ist weg ja was ich jetzt so in den Kommentaren gelesen habe dass die Facecam ziemlich gut ankommt zumindest haben es mir auch viele wer ist das das ist oh mein Gott das ist das Vieh ach ich weiß nicht wer das ist auf jeden Fall war da jemand nein hier ist keiner da ist keiner da ist die Ente Achtung der Bär fehlt noch ja da ist er war klar oh erschrocken hallo die Waldfee die Ente ist da unten gut 3 EM komm das schaffen wir die Leute drückt mir die da um der ist weg Ente Bär ist immer noch weg keine Ahnung wo der ist Bär ist da oben ich nenne den jetzt einfach Bär weil der Bär bewegt sich nicht aber Bär ist wieder weg was ist das scheint auch ach dann ist das ein Hase bei den Ohren oh nein warum warum gebe ich mir sowas ganz ehrlich da ist das Vieh Hase Ente Hase Ente Bär Schild Hase Ente so ja gut aber wenn ihr mehr also wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt von so Horror Grusel Panik Paranoia spielen lasst einfach mal einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung oder Kommentar irgendwas einfach wenn ich sehe dass da ein bisschen Feedback von euch kommt oh Ente ist weg Ente ist weg ne Ente ist nicht hier hier ist auch clean da muss Ente Ente ist da Hase ist dort Hase ist dort ich fühl's gravier Ente ist wieder zurück okay 26 4 noch 2 Stunden das muss möglich sein wenn jetzt nicht gleich alle angelatscht kommen da ist wird keine Zeit mehr mit Weihnachtsplätzchen Alter hab ich nicht verschrocken oh Junge Alter Vater ging der ab Mann wie fies ey der war doch da oben gut dann war das Nacht 2 wir können jetzt mit Nacht 2 weiter machen alter Vater mein lieber Scholli gut dann war es das mit Nacht 2 klicklich gescheitert dann wird morgen übermorgen keine Ahnung die nächste Nacht 2 kommen hoffen wir schaffen das ich will das mit euch durchspielen das habe ich mir als Ziel gesetzt und dieses Ziel werde ich auch mir vor Augen halten so 8 Minuten geht locker fit und ja dann wie gesagt würde ich mich auf jeden Fall über ein Feedback von euch freuen ähm cool wenn Leute auf dem Server sind auf Crafted da habe ich jetzt zwischenüber ran die dann auch sagen yo cool was du machst freut mich auf jeden Fall immer und jo dann würde ich sagen guckt auf jeden Fall Part 1 Nacht 1 die war ja langweilig äh ja was gibt es sonst zu sagen ich habe übrigens auch das Pvp Projekt da könnt ihr euch anmelden und ich will euch sagen bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal